Hallo und herzlich Willkommen bei der D-Schule. Grüezi! Gestern hat die offizielle Fasnacht begonnen. Ja genau, gestern um 5 Uhr am Morgen war der berühmte Urknall in Luzern und die Talbach im Zug. Die offizielle Fasnacht geht immer vom schmutzigen Donnerstag bis Aschermittwoch. Am besten gefallen mir die schönen bunten Kostüme. Ja genau, die Kostüme. Die Feiern sind das Beste. Ich treffe mich mit meinen Freunden und dann gehen wir alle zusammen den schönen Fasnachtsumzug schauen. Ja ja, Fasnachtsumzug. Wir gehen feiern. Nach dem Fasnachtsumzug gehen wir noch einen Kaffee trinken. Ja ja, Kaffee trinken. Wir trinken Kaffeeschnaps. Und nach dem Kaffee trinken gehen wir nach Hause. Ja ja, nach dem Kaffeeschnaps trinken gehen wir auch nach Hause. Aber erst an Luzern Mittwoch. Schöne Fasnacht. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.